Musik Auf längeren Reisen ins Ausland zum Beginn der zweiten Amtszeit Das ist eine Reise, die mich in Süd-Ostasien geführt hat, nach Singapur und Indonesien. Jetzt nicht 1200 Jahre alte Kunst, sondern aktuelle zeitgenössische Kunst im Yogyak-Nationalmuseum in Jakarta. Wir besuchen eine Ausstellung von Monument Anthroposien. Musik Wir arbeiten mit einem Komplex. Komplex ist es, die wir in den Konsep Ekologi, Ekonomi Cirkular, Kunst und Kunst. Es gibt drei Pilar, die wir versuchen, eine neue Ecosystem zu entwickeln, eine kreative Ecosystem zu entwickeln. Die Location liegt auf 200 Meter auf dem Dumpside Piuman, in TPA. Wir haben eine Makerspace, eine Konumente, und dann gibt es dort, die sich für die Worte und die Worte verwendet haben. Wir haben hier eine Galerie und ein Plasen. Wir sind jetzt noch auf einen Monumen, wie die Candi. Dann haben wir die Makerspace, wie die Fabrik-Pengelagern. Und später haben wir die Makerspace designt, wie die Open Source. Also nicht wie die Fabrik, wie die Produkte, dann verkaufen. Aber die Leute können das. Also können sie lernen. und die Pemulung, insbesondere die dort, die dort bekommen, damit sie nicht mehr verkaufen, aber die Produkte, die Produkte, die Produkte, das ist auch ein Teil. Musik 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 Musik